Und hier noch, wie man Shelly nicht spielt. Ja, Shelly greift da den Primo an. Primo steht im Gift. Shelly denkt, einfache Sache, schmeisst die Shelly ins Gift. Und jetzt hat sie ein Problem. Die arme Shelly. Sie kommt nicht rechtzeitig zurück. Und ja, da freut sich der Primo. Wo der Primo sich freut, ist die Shelly traurig.